So meine Buben, Schluss jetzt hier mit dem ganzen Parmesan. Ihr kennt die Vibes. Wir gucken jetzt in die Best Memes and Vines Compilation 15 rein. Die ist gestern rausgekommen und ich will sie mir unbedingt reinlunzen. Wir steigen rein. Das wird so lecker. Ja, also genau richtig, nicht vergessen, abonnieren Sie diesen Kanal, wenn Sie mehr sehen wollen von einigen Memes. Und liken Sie gerne diese Folge. Hashtag Kai geklickt. Auf geht das. Oh Gott, ich muss rauskommen. Ich muss rauskommen. Du, komm mal. Geh an dich. Hier, Brian, lass mich das machen. Ich bin runter. Alles wird alles gut sein. Oie, oie, natürlich, ja. Corona, Morona, ja kommen Sie ran. Economic Crash Riding, Ebola 2, World War 3, Junge, Alter. Das ist eine komplette Reizüberflutung gerade hier. Junge, sehr wild. Der andere Flaschenöffner-Trick, der Lifehack, ja. Ja, logisch. Probier ich auch dann gleich aus. Der Bruder. Ije. Ja, das war der heilige Bruder. Übrigens, falls ihr euch gerade wundert, warum ich das gerade hier so, ja, warum ich jetzt gerade einfach so plötzlich auf ein Meme reagiere. Ja, Hashtag Kai geklickt. Ich hatte einfach gerade Bock, das zu machen. Es kommen keine Videospiele raus in letzter Zeit. Oder beziehungsweise die Nächsten lassen auf sich warten. Und, äh, weil ich mir solche Videos eh angucke, dachte ich mir, ich gucke die mir zusammen mit euch an. Und Kuss. So, Wii Sports. Ja. Ja. Das bin übrigens auch immer ich, wenn ich, wenn ich Wii Sports gespielt habe und Boxen. Junge, das war manchmal so ein Kampf, da zu gewinnen. Gerade, wenn du irgendwie die etwas schwierigeren CPUs bekommen hast. Junge. So, was haben wir jetzt hier? Super Mario Bros. 2. Äh. Mit Donkey Kong 64. Ich glaube, es wird wild, meine Buben. Wild, alter, wild, man. Nintendo Memes. Das ist doch das, was ich sehen will. So, jetzt haben wir hier noch eine Mario Kart. Ist das hier mit, äh, mit Mäus und, äh, äh, Knossi und so gewesen? Die Session. Ah ja. Junge, wie heftig der einfach an die Wand gescheppert ist. Ah ja. Der Bruder. Das bin über, das bin übrigens immer ich und die Buben, wenn wir Fortnite spielen. Und, äh, Custom Games schmieren ab. Öhh. Bruder. Wild. Junge, das war, das war anders, Wild, Mann. Wui. Warte mal, zockt die gerade diese 51 Games? Für die Switch? Dieses neue, äh, dieses neue Wii Sports, dieses Gesellschaftsspiel mit diesen 51 Spielen? Heftig, Alter, wie zeitnah das hier kommt, Mann. Ist das schon hier auf höchste Qualität gestellt? Haha, der Bruder, Alter, lass mal noch mal ganz kurz gucken. So, die zockt halt eine Runde 51 Bowling-Dings. Das bin dann übrigens ich. Der Hund, Alter. Ja, ich will auch spielen, mäßig. Ja, das ist Schicki. Uah! Bruder! Er rastet komplett aus. Ist das eine Pepsi? Öh! Öh! Junge, der macht die Flasche, der macht diese Dose gerade so auf wie eine Surfströming-Dose. Ich erkenne ein Muster. Aber das ist doch... Oh, Junge, Alter. Wie hat der das geschafft, Mann? Wah, ey, Junge, Alter. Weißt du, das ist halt... Das bin auch übrigens immer ich, weißt du. Das ist dann dieses... Eine Lösung finden, die tausendmal komplizierter ist, als die eigentliche, so. Everyday, I'm shuffling. Ja, ha, ha, ha. Ehrenmann. Das weiße Haus, Alter. Da ging letztens richtig die Party ab. Ah, ja. Portal. Junge, Alter. Anderer Plot-Twist. Ist das Doom, oder? Ist das Doom? 64? Ah, je. Ja, Mann. Alter, was war das denn gerade, Mann? 6ix9ine, ähm... Äh, kommentiert. Äh, ja. Also, war sehr gut. Kommen Sie ran, ey. Oh, okay, here it comes, James. Here comes the part, I was telling you about. Haha. Die Ehrenkatze. Ije. Ah. Was war das denn, Junge? Ist das eine Melone, oder was? Was macht der da? Junge, die ist einfach explodiert, oder so. Junge. Was haben wir hier? Die Fahrt auf der Autobahn. Oh, ja. Äh. Bruder. Was? Wie ist... Alter. Das wird mir jetzt gerade zu paranormal. Ich... Ich halte mich weiterhin bedeckt, was das Ganze angeht. So, jetzt haben wir hier eine Runde Zelda. Ja, moin. Ah, der Bruder. So, jetzt wieder. Ich liebe diese Tiere-Memes. Die sind immer sehr jee. Ja. Die Katze in Minecraft, man kennt's. Drücken sie auf den Knopf. Scheiße, Bruder. Ja, da mussten sie sofort zischen. So, Spongebob. Let's go. We have a new student starting today, so let's all put on a happy face for- Ha, 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 was? Yeah. Rip und F an den Bruder. Junge, was macht die denn da? Ist das während den Protesten gewesen, oder was? Junge, 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 Avatar, jetzt hätte man sich noch den Kopf von Trimax darauf vorstellen müssen. Haha, 187. Na, 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 shout, na, that, na, punk, na, na, take, na, spicy, na, bacon, na, 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 sh... Das Ding ist, ich kenn das leider schon, ich hab das auf Twitter gesehen, F. Ja, was ist der? Es ist der, je. Was haben die hier? Äh, Karamell, äh! Äh, äh! Da muss ich aber komplett zischen, Mann. Was, äh? Junge, die Katze ist komplett ausgerastet. Hauptsache Karamell dansen und so. My mom pulling up to McDonald's after they get her order on! War das Young, Youngboy NBA, Alter? Grüße gehen raus an den Bruder. Ehrenmann. Sie haben die kompletten Kicks. Junge, diese Chickens! Ich, ich liebe diese Beams. No, I see, stop it, stop it, right, no, sh... Äh, Junge! Wer ist dein Seelenverwandter? Unter deiner Nase. Junge, der Ehrenmann mit Maske. Wegen Corona-Morona. Ah ja, der Bruder, der F an Thaddeus natürlich auch. Wow. Ehrenmann. Äh, Junge! Lokomotive. Check out Night Bucks Hero Parts. Nein. Quality Audio and double star fucks to the... Get the... Schnauze. It's me! MAAAAAAA! Und das ist... Ja, genau. Mm, Mom, this tastes different. Did you put anything different in it? Kon no who na Batsona. Junge! Mies, the true deal is. Was macht er da? Hat er sich grad ne... Hat er sich grad ne Line gelegt? Äh! Junge! Ja, die Ehrenwaschmaschine, Junge. Da hat's... Da wurde wieder so ein Stein reingeworfen oder so. Boy! Boi! Ja, das ist der Bube, Alter. Der Bube, wenn er wieder mal die kompletten Kicks hat. Was passiert, wenn wir diesen Mann interviewen? Warte, warte. Jo, boah! Jo, boah! Ihr hattet einen Job, Jungs! Ihr hattet einen Job! Das Mikrofon hat aber das komplette Zimmer zerschallert und der sagt halt so, es fängt alles mit dieser Tasse an! Es fängt alles mit dieser Tasse an! Da muss ich aber zischen, Jungs! Es hat keine einzige Tasse überlebt! Der Bruder! Der Bruder! Die Brüder, die Buben und ich, wenn wir trotz der schweren Zeit Musik machen wollen! Und da, wir haben Leute, die spielen! By the way, Drip coming out very, very soon! Junker und Cyrax sind wieder back mit Drip! Sehr bald! Checkt Junker ab, oben rechts in der Infocard gibt es einen Kanal mit einigen diversen Songs, die sie sich reinschallern könnten. So einen Humor musst du aber auch haben, zu so einer Zeit einfach in einen eingeschmissenen Laden während den Protesten einfach reinzugehen und so makaber, wie das auch ist, einfach am Klavier so eine Runde rumzulunzen. An der Stelle Grüße gehen raus an den Batman, der in Washington während den Protesten einfach rumgelaufen ist. Ehrenmann. Ja, die Ehrenkatze möchte auch spielen. Sie spielt einfach Uno auf der Katze. Die denkt sich mit diesem Blick einfach nur Bruder, lasst mich einfach nur in Ruhe. Ich hab euch doch nichts getan. Guckt euch diesen Blick an. Guckt euch diesen Blick an. Die will einfach nur sterben. Die will einfach nur weg. Was? Okay. Ich glaube nicht, dass Spongebob das jemals gesagt hat. I sent you a video, watch it. Me, when I watch it. Ja, es ist halt immer so. Jedes Mal, wenn mir irgendwer ein Link shit. Guckt ihr das an, Kai? Dann guck ich mir das an und denk mir so, ja, warum? Einmal diese Portal-Memes, ohne Witz. Was ist 9 plus 10? 21? Ja. Stupid. Ehrenmann. Ehrenmann. Are you winning, son? Oh, der Witz, ne? Immer dieses, wenn die Eltern reinkommen, na, sohn, bis er mir winnen. Die haben halt keine Ahnung von Videospielen, aber fragen dann einfach so, weil, ja, das, ne? Er spielt gerade und da kann ich das halt fragen. Und dann halt die VR-Games. Man kennt's. Immer diese Waifu. Hentai-VR-Games. Grüße gehen raus. Äh. Äh. Ja. Die Stute, ohne Witz. Frosch gegen, äh, Schlange. Was wird passieren? Die andere Super Mario 64-Rutsche. Looters explaining how robbing and burning down their local GameStop will solve Rassism. Okay. Oh, Junge, was? Nochmal. Erstmal der Blick von Mario. Also dieses, dieser, warte, guckt euch diesen Blick an. Dieser Blick wird niemals und kann niemals lösen. Nur auch hier so das voll happy face, so dachdach, ne? Alles in Ordnung. Da kommt Luigi und gibt ihm einfach eine Schelle. Und der... Ehrenbruder. Okay. Lego? Ja? Hahaha. Ehre geht raus. Oh, nein. Me in my dream dancing with the alarm that has been ringing for an hour. Hm. Ah! Ja, ich bin übrigens noch ein bisschen krank. Pfff. Und das ist halt wirklich so. Ich li... Ohne Witz, ne? Jedes Mal, wenn ich so meme-mäßig irgendwelchen Kollegen oder so meinen Weckerton zeige, kommt immer dieser Weckerton. Immer. Ehre. What does this button do? Please, please. Do not push the button. Oh nein, willst du nicht? What the fuck? Ha. Nisa. 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 Ha. Oh, Waifu. Ja, das geht raus an die ganzen Ehrebrüder, die das Ganze immer abfeiern. Girls getting upset versus guys getting upset. Also, Mädchen, die sich aufregen versus Männer, die sich aufregen. I don't know what the fuck is happening. Hey, still. Oder halt die, ne? So ein bisschen, ne? Das ist halt immer so. Nachzulesen in meinen Minoiren, wie zum Beispiel, ähm, meine ganzen Controller, die alle schon tot sind. Junge, der ist ja voll abschielend, der hat ja voll die Kicks, öh. Guckt euch mal seinen Blick an die Augen. Junge, der kommt gar nicht mehr klar. Oh, Junge, was? Ich, der Blick sah schon wild aus. Junge, der andere Jumpscare. Ja. Ja. Eine simple Antwort. Warum du sterben musst. Haha. Junge, was? Junge, wie... Ich sag da nichts zu. Die Menschheit. Oh mein Gott. Pokémon, dudes. Brüder. Die wilde Pokémon-Musik, Junge. Nochmal, ganz kurz. Ist das nicht die, äh, Regi-Stell, Regi-Gigas, Regi-Gigas-Dingens-Küchen-Musik? Oder legendäre Deoxys oder so? Pokémon-Generation-3, Junge. Ich muss nochmal, dass ich weibe dazu anders wild. Wild. Was? War da gerade James Charles oder wie die hieß? Diese, äh... Es ist... Und, äh, Video stoppen damit, dass nicht hier geclaimed wird. Boys, Rolls, Rolls. Äh! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße, Bruder, warst du ein Kui-Fa? Nein! No, ich lasse... Nein! Verräll, Junge! So, face off. Wenn es mal wieder Mittwoch ist, meine Kerle. Coolest Mom I've ever... Oh! Junge! Ich muss dazu sagen, ich bin nicht so ein Rick-and-Morty-Fan. Ja, F. Mhm. Und ich glaube, ich weiß auch warum. Also nicht, dass ich irgendwas gegen Rick-and-Morty habe. Ich habe ein paar Folgen gesehen, die waren ganz cool so. Aber ich schaue das jetzt nicht und habe alle Folgen gesehen. Ja, Junge, ich kriege gerade den Schuh. Der Ehre, Mann. Ist das Breaking Bad, Alter? Oh, was? Ja, Junge! Das war es aber richtig für den Bruder. It's protecting me from the hail! Ah, das muss weh tun. Get good at... Was? Gaming? Was? Aha! Trump kennt die Weisheiten, Mann. Ja, Mann. Das waren die Memes. Brüder, ich bin raus. Ich hoffe, euch hat ein derartiges Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ja, subbt ihr gerne rein für mehr, würde ich sagen. Reactions, die ist das. Hashtag Kai geklickt. Haut rein und schau!